Für mich drückt das Wort Sklave die Sehnsucht nach einem Arbeitsverhältnis aus, das nicht von Geld, sondern von Vertrauen bestimmt wird. Sie möchten also gerne Sklave genannt werden? Zum genächten Profis als Werk. Das ist Ihre Frau? Du musst sie unbedingt ausprobieren. Was sind denn das für Männer in meinem Garten? Die bauen dir deine Schwimmingpool. Das war ganz allein Bachtos-Idee. Sie dürfen das nicht ungestraft durchgehen lassen, Herr. Befürchten Sie in nächster Zeit einen Sklavenaufstand, oder was? Sie dürfen das nicht ungestraft durchgehen lassen.